Und was kommt jetzt? Ruf deine Freunde an, denn... Am Faschingsamstag gibt es wieder in Ipsitz das berühmte Gschnas. Und das Ganze im Gasthof zum goldenen Leoparden. Äh, goldenen Hirschen. Ab 19 Uhr mit DJ Wanzing. Und dann ab 23 Uhr. Die bis in den Morgen Hitparty. Bereits ab 14 Uhr der Fasching für die Kinder. Am 25. Februar ist Gschnastag in Ipsitz.